Mit zwei Promille, da habe ich das Zittern angefangen, das war einfach zu wenig. Mein Leben war dann eigentlich bloß noch bestimmt vom Arbeiten, Schlafen, Trinken, das war eigentlich dann mein Leben. Ja, hallo, ich bin die Traudl, hallo, ich bin der Jason und wir wohnen seit einem Jahr in dem Wohnmobil. Wir haben uns 2013 kennengelernt und da haben wir uns eigentlich schon immer, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben immer einen Weg gesucht, dass wir irgendwie zu mehr Freiheit kommen, genau, also wir haben uns auf einer Langzeittherapie für Alkoholsucht kennengelernt, wir haben ja beide betroffen und waren halt sehr lang, also ich persönlich zum Beispiel, ich war 23 Jahre in der Sucht gefangen, also ich bin als junger Mann in den Nebeln der Sucht verschwunden und bin dann im Alter von 43 da wieder rausgekommen und dann haben wir wahrscheinlich irgendwie so einen riesen Freiheitsdrang entwickelt, weil wir einfach so viel verpasst haben im Leben. Aber wir haben auch nichts gehabt, wir haben auch quasi von Null angefangen, dann haben wir erst mit dem Fahrrad, mit dem Fahrradanhänger hinten dran, haben wir dann auf, haben wir dann zu Märkte, also Floh- und Jahrmärkte hingeradelt, haben wir Schlüsselanhänger und alles Mögliche verkauft. Bis wir uns dann einmal so ein günstiges, gebrauchtes Auto leisten haben können, dann haben wir schon ein bisschen einen größeren Stand gehabt und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, jetzt das nächste Ziel muss dann ein Wohnmobil oder eine Van sein oder irgend so in diese Richtung. Die ganzen Schränke, das sollen warme, so mediterrane Farben sein, das werden und das ist eigentlich geplant ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder ein bisschen Geld verdienen können. Also es ist noch viel zu machen da, Herr Renard, da kommt ein neuer Fußboden rein, das sind jetzt bloß so Läufer, weil da war ein riesen Wasserschaden, der war gut versteckt, das haben wir nicht gewusst. Es ist aber gleich zweimal mit PVC verklebt, dass man sich auch nicht sieht und so. Und außen wird es auch noch renoviert, also es ist richtig schön bunt und gemütlich werden. Wir fühlen uns jetzt schon wohl, aber einfach so warme Farben und die Polster werden rein, würde ich sagen. Genau. Aber das ist halt alles nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt haben wir erst einmal den Wasserschaden reparieren müssen, der war in der Heckgarage ganz, ganz enorm. Die letzten Jahre war ich dann im Hofbräuhaus München als Kellner, da habe ich dann wirklich unbemerkt dringen können. Da war es dann schon ganz schlimm, da habe ich dann zum Frühstück schon Schnaps gebraucht. Und irgendwann habe ich dann einfach nicht mehr gekannt und dann ist ein nervlicher und ein körperlicher Zusammenbruch draus geworden. Und dann ist das losgegangen. Ich wollte dann Hilfe und ich habe auch Hilfe bekommen. Es gibt also Hilfe, das habe ich leider vorher nicht gewusst. Und bin dann zu Entgiftungen gekommen, insgesamt 23 Alkoholentgiftungen und zwei Langzeittherapien habe ich gebraucht, bis ich dann dauerhaft trocken geblieben oder geworden bin. Und ja, ich wäre eigentlich fast gestorben an der Sucht. Ich habe ein Delirium schon gehabt und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine ganz schmerzhafte, böse Sache. Ja, es war so schlimm, dass ich mit über vier Promille, so bin ich mal in die Klinik, zu meinen Giften, eigentlich ganz normal gelaufen bin. Ich habe mich mit denen ganz normal unterhalten und habe gesagt, ich habe fast nichts getrunken und so. Da, wo ein anderer vielleicht schon im Koma liegen würde und bei zwei Promille, wo jeder andere einen Fall drauf schaut, also nicht jeder andere, sondern jeder Gesunde, der jetzt nicht alkoholkrank ist, da haben bei mir die Entzugserscheinungen schon angefangen. Also mit zwei Promille, da habe ich das Zittern angefangen, das war einfach zu wenig. Und das ist immer schlimmer geworden und das geht dann so rasant. Und die Mengen, die man dann braucht, das kann man mit Bier oder Wein nicht mehr herbringen. Man trinkt dann Schnaps, man hat wirklich Magenprobleme, übelste Magenprobleme. Alles ist entzündet, die Speiseröhre und der Körper möchte es immer wieder raus haben und man versucht es zum Unten zu halten. Es ist ganz schlimm. Nein, der Alkofen, das ist bei uns ein Stauraum. Da hinten haben wir die Getränke, das ist meine Arbeitstasche für Lesungen und so. Dann mein Popcornlager, das wohl hoffentlich bald nicht mehr existiert, weil ich irgendwann von Süßigkeiten wegkommen möchte. Ja und da haben wir da ein bisschen so Schuhregale, da haben wir noch Konserven, Gemüseeintopf, Bohnen, Sauerkraut und so für Notfälle. Wenn einmal alle Geschäfte zu haben, haben wir das Einkaufen vergessen. Ja, das ist unser Stauraum und da vorne, da unten, sieht man das? Das ist der Frieda ihr Platz, da liegt es recht gern. Das ist der Frieda ihr Platz, der Sitz ist der Frieda ihr Platz, das ist der Frieda ihr Platz. Unter dem Tisch ist ihr Platz und abends ist da oben auch noch ihr Platz. Genau. Also die hat sieben oder acht Plätze, wo sie sich wohlfühlt und da oben macht sie sich gern. Da richten wir das ja ein bisschen her abends, da kannst du sie dann richtig lang machen und da fühlt sie sich wohl. Das ist eigentlich das mit dem, wo ich mein Geld verdiene und das, wo eigentlich auch alles verändert hat in meinem Leben. Ich habe dann das Buch geschrieben, habe es dann veröffentlicht. Das sind drei Bände. Den ersten Band habe ich geschrieben, da war ich teilweise noch nass. Den zweiten Band habe ich geschrieben, da war ich drei Monate trocken. Und den dritten Band habe ich geschrieben, da war ich drei Jahre trocken. Und da sind alle drei beinahmt, das ist die Buchhandlungsausgabe. Ja und dann sind plötzlich Suchtkliniken auf mich zukommen, Suchtberater, Gesundheitsämter, Schulen. Ob ich nicht eine Lesung machen könnte oder Lesungen. Und dann am Anfang war für mich das unvorstellbar. Ich habe ja überhaupt kein Selbstbewusstsein, nichts mehr gehabt. Das habe ich erst auf Therapien mühsam wieder lernen müssen. Und dann habe ich doch die erste Lesung mit zitternden Knien, habe ich das gemacht. Und zwar in der Klinik, wo ich entgiftet worden bin, hundertmal. Gefühlt die hundertmal. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich etwas bewirken kann damit. Und dann habe ich Leserbriefe gekriegt von Leuten, von Betroffenen, Angehörigen. Betroffenen, die mir gesagt haben, Mensch, das hat ihnen so Mut gemacht. Und sie sind nicht so und so lange schon trocken. Und sie haben sich da wieder erkannt. Ich möchte den Alkohol nicht verteufeln, sondern möchte einfach nur sagen, dass es da einfach eine zweite Seite gibt vom Alkohol. Weil er eben funktioniert. Das ist ja das Hinterhältige. Wenn man ihn hernimmt für irgendwie, für Selbstbewusstsein gegen Ängste oder so. Er funktioniert. So ähnlich wie Schmerztabletten vorüber gehen. Und das macht ihn halt so heimtückisch. Von nun an konnte ich wieder einkaufen, Bahn fahren und all das machen, wozu ich Lust hatte. Dank sei dem vermeintlichen Retter in allerhöchster Not. Seit diesem verhängnisvollen Tag gab es keinen weiteren mehr, den ich ohne Alkohol verlebte. Erst im Alter von 43 Jahren sollte sich das erstmals wieder ändern. Schon das Wissen um diesen angeblichen Schutzschirm wirkte sich positiv auf meine Panikstörungen aus. Konnte ich mal nichts trinken, reichte mir allein schon der Gedanke, dass zu Hause ein Rettungsanker auf mich warten würde. Bei mir war es halt so, ich habe halt eigentlich angefangen zum Trinken, weil ich mich so allein gefühlt habe. Also eigentlich aus tiefster innerlicher Traurigkeit, die ich aber nicht irgendwie benennen kann, da habe ich getrunken halt. Am Abend dann immer und vor dem Fernsehschauen und dann so traurige Filme angeschaut und dann geweint dabei. Und ja und das habe ich jahrelang gemacht und dann wurde es halt dann immer mehr da. Also ich habe hauptsächlich Wein habe ich getrunken und ja und dann mal ein paar Schnäpse noch dazu. Und dann, also ich war so ein trauriger Trinker halt einfach. Ich habe auch nicht in Gesellschaft gerne getrunken, also da habe ich fast nie getrunken, sondern nur für mich alleine. Und dann wurde es aber dann immer schlimmer, also dann bin ich fast gar nicht mehr rausgegangen. Oder ich bin am Abend dann zum Einkaufen gegangen, habe meinen Stoff wieder geholt und ja und das wurde halt dann drei, vier Flaschen dann täglich Wein und dann ja und in der Früh war es halt dann so schlimm. Also so drei Jahre bevor, dass ich auf die Reha gegangen bin, da war es mal in der Früh, da habe ich unbedingt schon Alkohol gebraucht. Also weil das Zittern so groß war und dann habe ich noch gearbeitet als Krankenpflegerin und die Leute haben das aber auch nicht gemerkt. Und ich habe halt dann immer eine Flasche, so eine Wasserflasche dabei gehabt, aber da war halt so ein Erdbeer-Sekt dann drin oder überhaupt ein Wein war dann drin. So habe ich das vertuschen können halt, aber irgendwann einmal ist es nicht mehr gegangen. Und dann bin ich auch nicht mehr in die Arbeit gegangen, habe mich da krank gemeldet und so ging es dann immer bergab heute. Da gibt es zu sagen, dass wir deswegen auch ein Wohnmobil gesucht haben mit einer großen Heckgarage. Jetzt sind natürlich andere Sachen drin. Das ist die Schleppleine für Früh, das sind meine DVDs, Colombo, Krimis für den Winter. Das ist der alte Boden noch, den brauche ich als Schnittmuster für den neuen Boden dann, wenn der Wasserschaden behoben ist. Und normalerweise ist da alles leer, weil wir brauchen nicht so viel Gasflaschen im Sommer. Und da kommt dann die Marktware von der Traudel rein. Und da unter dieser Platte, da ist das Grauen, da war ein riesen Wasserschaden. Da wurde jetzt eine neue Platte drüber, habe alles rausgearbeitet und ja, das wird auch noch alles renoviert. Nach dem Wasserschaden, jetzt haben wir das erst einmal alles trocken gelegt. Genau und da kommt die Marktware rein. Jetzt merke ich einfach, dass ich stärker wäre, dass die Medikamente, also dass ich die reduzieren kann, dass jetzt Zeit ist, dass ich das reduziere, das wo ich alles einnehmen muss und so. Und dass ich die Kraft einfach, weil wir jetzt viel mehr in der Natur sind und draußen und die ganze Einstellung verändert sie. Man sieht Sachen, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat oder so. Also man beobachtet, man Zögel und alles mögliche, das hätte ich früher nie gemacht. oder ich habe einfach nicht dran gedacht. Und jetzt haben wir einfach Zeit für solche Momente und das tut einfach meiner Psyche gut. Mei, Frieda. Das war jetzt nicht gut. Weil du so wild bist. Entschuldigung. Also ich würde jemandem sagen, dass man eigentlich wirklich dran denken sollte, dass das Leben nicht unendlich ist. Und dass die Zeit abläuft. Und ich habe so viel... Ja, jetzt in der kurzen Zeit nicht nur schöne Sachen erlebt. Entschuldigung. Ja, in dem einer Jahr auch Schicksale im Wohnmobil. Einer gerade in Rente gekommen, gerade ins Wohnmobil gezogen, obwohl der Traum wahrscheinlich schon viel eher da war. Und dann gleich ins Krankenhaus mit einem schweren Schicksalsschlag und ob der jemals wieder zurückkehrt. Und ich habe noch andere Leute gesehen, die dann wirklich krank geworden sind. Und ich habe noch einen gesehen. Von dem haben wir noch ein paar Sachen geschenkt bekommen. So wie eine Heißluftfritteuse. Der kann leider nicht mehr im Wohnmobil leben. Und der macht das aber schon Jahre. Und er hat gesagt, jetzt ist er so schwer krank geworden. Der hat jetzt das Wohnmobil eben erst vor vier Wochen aufgegeben. Und er ist so froh, so froh, dass er das gemacht hat. Und er hat gesagt, er zehrt jetzt von dem. Von den ganzen Reisen, von den Städten, von den Ländern, wo er gesehen hat. Und er hat gesagt, jetzt ist der Moment, der war bei einem jeden einmal gekommen, wo die Kraft nachlast und so. Und also wirklich nicht bloß, das ist nicht bloß so gesagt, sondern es ist wirklich so, dass man da auch was davon hat. Und dass solche Leute wirklich sagen, Mensch, gut, dass ich es gemacht habe. Und das ganze Zeitquisit mir schräfte, die Kraft. Und ich bin Aliary.